Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight. Ich schaue jetzt mal, ob der Christoph pennt noch. Ach, die pennten alle noch. Wir essen jetzt Essen. Donald ist Essen. Bibi koch mal kurz Donald. Dann nehmen wir jemanden anders mit. Dann machen wir halt Schatzsuche und so, bis die in 50 Minuten aufstehen. Ja, nicht mal 45 Minuten. 44. Ein Rohkost. Oh. Oh. Möchte da jemand heute nur Rohkost genießen? Ähm. Warte ich einmal, Champion. Geil. So. Donald. Bereit schlafenszeit, ne? Nämlich nicht. So. Oh man, danke. Was hast du vor? Reden wir mit dir. Ähm. So, braucht irgendjemand. Donald, was brauchst du? Du als nächstes brauchst du vielleicht ein Level? Nein. Am besten wäre echt, wenn wir Muttergute mitnehmen oder so. Okay, Remi hüpft hier ein bisschen durch die Gegend. Schön, dass der auch wieder wach ist. Ansonsten sind die ja noch nicht so wach. Okay, Dagobert. Ariel. Sofant. Hm. Wo ist Dagobert hin? Wie wird's mit deinem kleinen... Ei, ei, hallo, ähm. Fangen wir mal von oben an und zeige. Grüß, Leila, meine Güte. Du siehst aus, als ob du Geschäfte machen möchtest. Ich weiß, dass du einen komischen Gegenstand am Sonnenschriftrollen in deinem Besitz hast. Kann jemand sie dir abkaufen? Oh, du brauchst nichts zu bezahlen, Leila. Ich würde ihn betrachten, mich gegen einen kleinen Gefallen davon zu trennen. Du hast mir vielleicht ein paar widerliche Gestalten im Dorf bemerkt. Ich vermute, sie haben flinke Finger. Ich muss meinen Laden vor Dieben schützen. Deshalb möchte ich etwas installieren, das alle Eingänge und Ausgänge überwacht. Ich habe auch schon einen Entwurf dafür im Kopf. Das sieht aus wie eine Pflanze mit einer ganz besonderen Frucht. Ich nenne es Mikrofonbärenbaum. Ich liebe es, es klingt super. Ei, du Wiesel, ja genau wie ich, Leila. Ähm, nun, wenn du die Sonnenschriftrollen willst, weißt du, was du zu tun hast? Du hast den Mikrofonbärenbaum, sollte einen Topflasten zu aussehen. Du brauchst Weichholz und Erde. Außerdem einige elektronische Bauteile. Ich bin mir sicher, dass du eine Box mit diesen Bauteilen in den Wallis Haus finden kannst. Ein einfallsreiches Kirchen, die Kleine. Sobald er fertig ist, kannst du ihn vor meinen Laden platzieren. Dann gebe ich dir die nötige Information. Vor dem Vergessenen war die Lichtung des Vertrauens. Achso, ich soll es dekorieren. Ja. Ja. Ich möchte eigentlich irgendjemanden mitnehmen, der eine Freundschaft mit mir kriegen kann. Und mal mit Ariel. Quatsch. Äh, wir nehmen einfach Muttergutel jetzt mal mit. Ich mein, die braucht die Level E. Oh. Hier sieht es nicht so schön aus. Aber es gibt ein bisschen Weizen. So, ein sehr müder Stitch. Wo ist die hin? Oh, die sitzen noch da oben. Oh, da geht es einfach weiter mit diesem ganzen Chaos. So, du reden wir mal mit ihr und dann nehmen wir sie mit. So, dann hängen wir mal kurz ab. Oh, Wallis. Da. So, Kaffeetasse. Hey, Wallis. Es sieht so aus, als hätte jemand deinen Garten verwüstet. Ich habe diese Kaffeetasse in der Nähe gefunden. Ah. Weißt du, wer das war? Ah, ah. Hm, weiß. Stitch. Tada. Stitch hat deinen Garten verwüstet. Oh je. Ich denke, ich muss Stitch für den Hund den Stand auf dem Böse-Müter geprüfen. Okay. Dann gehe ich mal kurz in sein Haus und hole noch diese Bauteile. Wenn ich eh schon hier unten unterwegs bin. Ach, da unten. War das alles? Hm, das muss mir sehr gut sein, ja. Ähm. Kein leeres Fläschchen. Dann machen wir einmal den Baum. Stellen den da auf. Und dann suchen wir jetzt mal diese Erinnerung von Darkobert. Beziehungsweise schauen wir mal. Okay, ich muss da oben kießen. Dann kießen wir erst. Versuchen wir an den Orten von Darkobert. Das ist halt jetzt echt eine Aufgabe nach dem nächsten Mal. Oh. Wir müssen nicht gießen. Wir müssen ernten. Ich habe jetzt nicht unbedingt den Platz. 20.000. Hier kommen wir weiter. Dann. Okay. Geh ernten. Hey, cool. Ich bin aufgestiegen. 36. Cool. Mal schauen, ob ich schneller ernte, als ich angepflanzt habe. Ich glaube nämlich schon, wie mir das gerade aussieht. So, Level 3. Einmal kurz ernten. Einsammeln. Gut, dann muss ich das wohl alles noch kurz gießen, dass das funktioniert. Dann wird halt noch ein bisschen gegossen. Wenn sonst hier nichts mehr weitergeht, dann wird halt nochmal kurz gegossen. Ist ja bares Geld. Aber die ist schon fast auf 4. Ich gegossen habe und ein paar Dinge gegendet habe. Das kann was werden. Okay. Dann ernt sich mal weiter. So. Stufe 4. Cool. Zwiebeln sind wertvoll. Okay. Aber wir haben ein paar eingesammelt. Besser ist nichts. Ernten. So. Ja. Die verdoppelt ist gut. Okay. Da geht es noch nicht weiter. Dann ziehen wir mal kurz ein. So. Habe ich die irgendwie nicht gegossen? Okay. Ja gut, dann ernt sich das halt in einer anderen Reihenfolge. Ist halt so. Ist jetzt echt das letzte, was fertig wird. Zwiebelfilter sind irgendwie sehr kompliziert. Da kann man graben. Ganzhaft. Es geht es nur um dieses eine Ding da. Kann ich schon mal nochmal ein Ding essen? Schnell. Das kann ich nicht essen, was wir jetzt nicht brauchen. Oder was weg muss. Himbeeren. Okay, ja. Dann hebe ich halt dann ein paar Zwiebeln auf. Kann ja nicht schaden. Kochen wir viel damit. So. Und da die 41. Hauen wir auch weg. So. 90 weitere Zwiebeln. Okay, jetzt ist die eine fertig. Die ernten wir jetzt schnell. Und dann pflanzen wir das Feld wieder voll. Ich wusste, dass du es verdoppelst. Nochmal plus vier. Hm. Schön hinstellen. Nicht, dass du was schief machst. Dann schauen wir mal. Okay, fünf Gemüse anpflanzen. Einfach mal komplett hier wieder das Feld voll machen. Und dann müssen wir halt mal Erinnerungen suchen. Ach ja, Stufe fünf. Ja, das Okra-Feld machen wir dann sobald Christoph wach ist. Weil wir müssen das ganze Feld umgraben. Aber der steht gleich auf. Also in einer halben Stunde. Also machen wir jetzt kurz Missionen. Und dann... ...liegen wir demnächst ein wunderschönes Okra-Feld an. Dann sind wir einfach reich. Dann verkaufen wir mit 120.000 immer. Die lächelt schon wieder so böse. Ah, die hat schon Löffel erreicht. Und die sind da unten immer essen gewesen. Das heißt... Die müssen wir eh nicht allzu oft mitnehmen. So... Ich muss gleich wieder was essen. So... Weiß nicht, ob wir die Reihe hier vorne noch schaffen oder ob ich vorher schon essen muss. Werden wir gleich sehen. Ja, ich würde vorher schon essen müssen, oder? Ganz knapp. Ja, wir essen mal kurz was. Bisschen auch noch gießen. Das ist ja bares Geld hier, was du anpflanzt. So... Und dann kießen wir gleich Momente her. Mhm, 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 mhm. Ah, schön nass. So... Also die nächste Kugel... Also wir werden ja als nächstes dann die sonnige Ebene freischalten. Und ich weiß jetzt schon, dass diese Kugel richtig nervig wird. Weil das war doch die, wo man alle drei Tage gießen muss. Hm... Können problematisch werden. Vielleicht gehe ich dann selber mal kurz in meine Spiegel rein. Einmal am Tag. Um schnell zu gießen. Aber... Mal schauen. Okay, Stitch ist wach und unterwegs. Jetzt gehen wir es erst mal heim und laden unsere Zeug ab. Und dann können wir uns im Tag... Ob jetzt ein Problem. Und wenn wir natürlich zwischen noch jemanden finden. Das ist ja ganz cool. Dann machen wir hier mal kurz diese 4 Uhr Kurs. Ja, und gehen wir kurz rein. Die Kohle kommt ja bestimmt nicht rein. Ähm... Hier, die Scherben können wir wieder rein tun. Keine Himbeeren. Absolutes Himbeerverbot hier. So... Ja, dann machen wir das so. Die Dauer 1 frei. Und den Rest tun wir dann da rein. So... Auf geht's! Schauen's wirklich unsere O-Kass an. So, das gibt Geld. Aber wir sind ja hier nicht fürs Geld, sondern dass das eben wächst und wieder nur mitkochen kann. Okay, mach mal in der Stelle mal einen kurzen Karten und dann sehen wir das nächste Mal wieder. Wenn's weitergeht, weiter sehen wir in Dreamlight Valley. Bis dahin. Bye!